Die Heimat ist die Steiermark, ihr Zuhause Europa. Wenzel Logistics besticht durch ein flächendeckendes Netz von über 200 eigenen LKWs, durchwegs laufzeitgesteuert per Satellitennavigation. Hier steht Flexibilität an erster Stelle. Durch flacke interne Strukturen ist es möglich, auf individuelle Kundenanforderungen schnell und unkompliziert zu reagieren. Die Osterweiterung ist für die Profis von Wenzel Logistics schon lange ein Thema. Native Speaker aus allen angrenzenden Ländern garantieren eine sichere und problemlose logistische Betreuung der Waren. Der zu erwartenden Verkehrsdichte, speziell im Osten Europas, wird heute schon durch die Kooperation mit der Schiene begegnet.